2 in folge zu uns weg zum amx 40 wir fahren jetzt noch einmal mit dem ft der franzosen als die t1 stufe ist es doch länger geworden gewächter ist gedacht viel spaß so und somit darf ich jetzt noch mal als gefecht mit diesem panze hier einladen oder willkommen heißen in dieser aufnahmesession oder in diesem video auch und zwar ist definitiv das alles gefecht wir haben alle punkte ich habe jetzt alle fans so weit freigeschalten also ich muss nie wieder dieses ding fahren und er schießt mir noch nicht in meinen arsch ich muss nicht wieder diesen lahmen franzosen fahren wo ich nicht klarkomme ich habe jetzt alle punkte und deswegen können wir jetzt mal befreit aufspielen wenn es in der lage wird damit zahlen in die lage dann werden wir auch beenden also mit end mit mit unserem tod beendet auch diese aufnahme ja schiebt mir halt nicht an ich bin jetzt so schnell japaner ist echt komplett selbe wie wir haben bloß ist ein japaner ja es gibt ziemlich viele wir nachgeschaut von diesen franzosen gefahren gibt es so viele verschiedene modelle und wenn wird jeder gefühlt den kommt als jedes land damals franzosen japaner italiener und die und die so wirklich jeder hatte den aber gut das einzige schöne ist hier wirklich ein einziger gefecht es gibt keine artillerie das ist so schön keine arti ja gut jetzt bin ich überhaupt nicht aber wie wir den schweden das verhauen von als den titel sagt ihr gesagt ich habe sagt man den auch noch deshalb richtig lobe kommt wieder sagt aber was auf immer da hin wo die gegner nicht sind jetzt sind sie alle in der mitte letztemal mit dem waren waren es alle außen was mache ich falsch und wir liegen über den jahr wird man sagen dass wir jetzt verdient ist so super ding in der lage bekommen in der lage beendet besser kann es sein ja es geht auf jeden fall besser schauen ob wir sehen kriegen ich kann nicht drunter schießen könnte mein tod sein das wird mein tod sein so wir fahren jetzt mal da hinten weg wir werden von der ferne abgeschossen weil der uns aufgedeckt hat oh zu das der wohl hinten ist ok nein wir können jetzt runterfahren einfach Kamikaze ich bin mir noch nicht so ganz sicher ob ich die karte machen sollte kommt jetzt hier hin da fahren oder mit der ist er zuglich wissen wird er mich zerstören kommt du nachher die hände kommt dann auch noch noch Warte noch. So, nachladen. Ja, die fahren jetzt schon zur Basis. Nachdem wir eh schon so wenig Leute sind. Ja, anvisieren. So. Den habe ich. Der ist weg. Uuhu. Uuhu. Komme ich hier irgendwie runter? Ich werde ganz zu unserer Mitte hin. Okay, gut. Wir riskieren es. Ich hätte noch ein bisschen was abgekommen, aber ist nur in Ordnung. Wir fahren jetzt in die Mitte, weil da wird unser Kamerad was Hilfe brauchen wahrscheinlich. Dann ist da rechts nur einer. Und. Ja, da ist der 4.000. Der Leichttraktor ist in der Mitte. Und der Außen ist nochmal NC. Aber wir haben jetzt doch richtig gut aufgeholt. Alles noch im grünen Bereich. Es sind noch alles drin. Oh ja, die kommen gerade von da hinten. Ich will da jetzt da reinfahren. Und schaut mal, ob wir uns da irgendwie dem Leichttraktor helfen können. Ich setze jetzt einfach mal auf die Hinderweite. Die Wände schon schaukeln da hinten. Wir fänden uns im Leichttraktor hier. Wir fänden uns im Leichttraktor. Sie kann jeden Moment reißen. Weh. Den haben wir jetzt schon wischt. Was denn das? Dann fahren wir aber jetzt erstmal zurück und helfen unseren Leuten hinten in der Basis. Mir fällt gerade auch so auf, ich glaube ich werde nur die erste Folge und die letzte Folge nehmen. Vielleicht nur die zwischendrin mal ein bisschen reinschneiden. Aber sonst den hinterlagen wahrscheinlich weniger, weil das Gefecht geht jetzt doch recht lang. Wir leben echt lange also. Ich wollte eigentlich nur eine Folge machen draus. Vielleicht kommen doch zwei Folgen. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Aber die haben mich schade gemacht. Das ist doch schon mal was. Der Ortsu ist schon noch unterwegs. Dann können wir ja umdrehen und dem Ortsu folgen. Er Ortsu ich komme. Ich hoffe der schaut bis auf seine Karte. Ich habe aber das Gefühl er schaut echt auf seine Karte. Und dann wird er merken, ob der T1 nebenher ist. Der Leichttraktor in der Mitte, da steht auch bis hier rum. Da hinten ist er auf der rechten Seite. Treffen sich zwei Ortsus. Zwei Ortsu. Zwei Ortsu. Zwei Ortsu. Zwei Ortsu. Zwei Ortsu. Und unserer ist hinüber. Zwei Ortsu. Zwei Ortsu. Zwei Ortsu. Oh die haben schon ledig. Okay. Dann drehen wir mal wieder um. Fahren zu Barst. Und auf die andere Seite rüber. Weiter kommt der Ortsu. Dann rette ich sie hier, damit er jetzt zu uns herkommt. Das gefällt mir, dass ich das Apparatur geladen habe. War echt nicht so geplant. Ich hab gedacht, wir sterben schneller. Aber jetzt, ich möchte jetzt überleben und gewinnen. Ja, nur die Hälfte vom Leben. Wieso haben wir jetzt unseren Luki-Pisch, wo wir uns gut reinstellen können. Wie meinst du auch mal Camper? Camper, schau. Camper und die Wand, die haben wir euch linkste Kante. Ne, Cheater heißt es, Cheater und die Wand, die haben wir euch linkste Kante. Camper ist ja in Ordnung. Da ist er so ein Mensch, Jagdpanzelspielspiel, die Camper. Dann geht ja gar nichts anderes, als Camper zu sein. Wurden wir schon aufgedeckt? Camper wurde nicht aufgedeckt. Jetzt schwören können wir jetzt den Jean längst aufgedeckt. Kann man den hinten auch reinfahren? Ne, nicht um die Höhe. Wo ist der hin? Wo ist der hin? Nein. Nein, 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 nein. Der wird jetzt tot. Oh, ne. Wie viel hat derant? 55. Wir haben denặc famoso getroffen. Man kann da hinten doch umfahren. Ah, das ist ärgerlich. Das ist sauergerlich jetzt gerade. Ja, gut, macht NC. Oh, der hat schon 4 kills. Nicht 3 kills hat er. Werden da 4. Der hat schon 4. Hm, nicht schlecht. Ah, wir haben uns auch sauspätisch bekommen. Bleib mal ein. Sind bald tot. Okay, ich würde sagen, schönen Abschluss. Wir haben noch gewonnen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich glaube, da haben wir wirklich eine separate Folge für das Ding. Dann bis zum nächsten Mal mit dem nächsten Panzer. Servus.